denn jetzt brauche ich erstmal noch steine und zwar acht stück wie der type von jokkas oder wie auch immer es heißt der meister abonnierte channel in großbritannien ist er glaube ich und auch einer der größten der welt ich meine drei millionen ich habe natürlich auch drei millionen so 8 kam es so was irgendwie ohne wenn einem die worte fehlen dann fehlen an die worte ist so komisch ohne ohne text spektisch normalerweise spiel ich mit misers oder mit doko körpern muss aber es keine lust mehr den mc patcher zu holen also von daher war ich bin faul faul ist der mensch so manchmal noch ein bisschen essen ready dass ich vielleicht auch ein paar leben restore und dabei digge ich hier ein hole und kann empfangen sie noch mehr anglisch ist mit ein cool ich habe an den letzten holz habe ich hier ich wollte schon sagen perfekt kein holz aber nie das wäre auch zu schön gewesen nein ich will nicht schlafen nein ich will nicht schlafen oh gott ich werde sterben 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 ich werde spiel ich kann bock mehr auf mein kopf jetzt muss ich auch mein haus wieder finden und sind auch zwei wörter für sich was er sogar stimmt wo habe ich denn da gott kriper ich werde von körper verfolgt und das erste was ich mache natürlich ich baue mir bambus ab oder sogar kein zuckerrohr aber für mich ist es immer noch bambu naja und ihr wisst ja auch der grills konnte alles mit bambu machen das früher mal gesehen hat also alle leute dieses firma gesehen haben dies der grills oder wie es hier vielleicht auch auf youtube bekanntes als der grills dazu hat oder wie auch mal heißt die macht auf jeden fall jeder der diese sendung für gesehen hat hat mir gesagt die sendung ist der folge liebt und so ich habe niemals geguckt never was seit jetzt hast du nicht bestimmt alle leute wir wissen lieber sicher ist irgendwie war ist so geil und schwul genauso müssen homo dabei muss man dem muss man ja mal sagen der typ natürlich schon mal macht ich meine geallt ist jetzt 19 oder so und hat schon ein paar millionen auf dem konto hätte ich auch gerne moment kurze pause so ich bin wieder zurück und ja ich war ein paar minuten lang weg und das problem ist jetzt dabei ich habe aus dem 0 so auf e gedrückt und das spiel läuft ja dann weiter glaube ich das heißt es kann sein dass es schon gleich wieder macht das was natürlich sehr doof okay wo ist unser haus war es ist irgendwo an der küste das weiß und es ist irgendwo da wo bäume sind das weiß ich auch aber wo genau das ist das weiß ich nicht moment dahinten ist es auch nicht weil hier die großen stelle habe ich mir nicht gemerkt weil sie komisch ist okay vielleicht ist es doch nicht dahinten nein nein ich bin bock jetzt hier wieder anfang will ich auch nicht unbedingt ich ich weiß nicht was mich umgebracht ich glaube ich bin einfach nur eine decke gestecken geliehen da und all meine sachen sind verschwunden oder sind sie oben drauf ich hoffe nicht nicht mehr da toll super toll 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 super toll ja toll können mich auch gleich am arsch stecken super dem holz abbauen habe ich jetzt voll das déjà vu hier ist ja schon bescheid oh gott jetzt muss ich wieder alles von neuen aufbauen habe ich gar keine lust zu also wenn es nicht komplett wieder von neu aufbauen ich hatte ja auch nicht sonderlich viel aber ich muss wieder alles neu auf meinen und dazu habe ich gar keine lust aber ihr wisst ihr die tradition keine aufnahme ohne unterbrechung erstmal das birkenholz und das eigenholz ne da habe ich auch nichts mehr drin toll super so obwohl er zum beispiel noch eine kiste hätte ich mir vielleicht vom schlafen genau machen müssen ich bin ja eigentlich auch nur aus versehen schlafen gegangen ein sogenannter fehlklick so und ich bin auch schon gar nicht mehr so aufgedrückt wie vor der unterbrechung oder ist das aufgefallen oder so mir fällt das irgendwie gerade auf deswegen moment ich muss ja nochmal eigentlich muss ich jetzt noch mal kurz unterbrechen aber nicht weil mich irgendwer nervt sondern weil ich selbst mich unterbreche muss so ungefähr das heißt wir sehen uns moment diesmal drückt auf es kämpft das heißt wir sehen uns gleich so ich bin zurück mit neuem elan ich habe mir gerade ein zwei spritzen eingefäffert und ja jetzt bin ich wieder ganz fresh mit dabei und ja also eigentlich habe ich mir nur ein paar notizen macht zu dem was ich jetzt sagen könnte ja und ich weiß dass es muss die like aber das hat sich auch eigentlich nur im minecraft let's play form also mir dann so ein paar nur 12 notizen zu machen zu dem was ich mal so sagen könnte und also ich weiß jetzt nicht einfach so ab wir sind wirklich notizen das sind 20 notizen das soll jetzt ja nicht durchgeskriptet oder so sein ist einfach und ein hunger 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 die kuchen stirbt kuh aber ich habe nur ein fleisch bekommen flühen flühen ich habe voll voll wenig ich brauch mehr b gib mir dann bist du bitch da gibt mir dann bist du bitch gib mir dann bist du bitch ah der schaden hat aufgehört da haben wir auch okay unter wasser 60 über wasser nicht doch man sieht sie auch ganz leicht ich habe ja auch letztens ich schaue mir immer die videos von die player news an kennt ihr vielleicht war man relativ großer kanal mittlerweile glaube ich nicht mehr habe ich zumindest den eindruck so auf jeden fall macht der videos über let's play und sowas und er hat letztens was über ein gesetz erzählt was vielleicht bald vielleicht bald vielleicht und nur bald und auch dann nur vielleicht rauskommen wird und zwar ein gesetz was let's play verbieten soll aber also im gesetz geht ja darum dass videospiele nicht mehr gestreamt werden dürfen ich glaube man ist die lizenzen darf grad soll heißen ich muss die rechte von dem publisher haben ein bestimmtes spiel zu filmen oder aufzunehmen je nachdem ob man gute video qualität haben will je nachdem man das empfehlen darf ja nein und für ein publisch fangen wenn man das nicht darf dann darf man das nicht und dann wird das als ist das illegal ich sag jetzt mal das so aufzunehmen und das ist dann schon mal ein bisschen scheiße aber das gesetz ist eigentlich nur so auf irgendwas anderes bezogen auf was habe ich leider vergessen ich weiß das gar nicht mehr Leute bezogen die damit noch Geld verdienen ne das ist ja bereits schon so auf irgendwas was bezogen habe ich komplett vergessen keine ahnung das heißt für let's play ist es eigentlich nicht gefährlich dieses gesetz sondern das ist einfach nur ein weiteres nutzloses gesetz so ein gesetz was keiner braucht so ne ich brauch mal nicht mehr holz so was hab ich denn hier eigentlich traue es noch holz endlich die ganze zeit herzlopfen und lassen feilen knochen einsetzen was soll er so ein paar bolle verändern muss nur aufpassen dass ich auf einmal irgendwo ein körper kommt und weil das scheiße und bei körper auf der anderen seite kurs ist schwierig 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 müsste ich ein guter talk zu machen oder ein letzter achte ich das habe ich auch irgendwann wahrscheinlich mehr aus dem fahrzeug das ist ja der zweite oder da ist vielleicht der zweite vielleicht auch eine dritte weiß ich nicht genau da habe ich erzählt dass ich unterschiedliche kategorien habe ich habe einmal letzt wenn man kommt mit menschen mehr pläten mein kopf günter talk das ist so ein bisschen wie so ein letztes tag ein bisschen mehr durch gescriptet sagen wir so doch man bearbeitet und sowas und dann habe ich natürlich das habe ich noch moment noch mal von vorne fangen wir noch mal von vorne ich habe let's play minecraft adventure maps ich habe let's play minecraft ich habe ach ja genau die let's shows die habe ich vergessen also ich habe zwei let's shows zwei let's plays zwei let's talk kategorien und ich glaube das war's ich es kann sein dass irgendwas vergessen habe aber das wäre auch halt so schlimm vor allem der die musik gerade so schön ist und ich mache mir vielleicht mit betonung auch vielleicht auch eine ja wie soll man sagen eine playlist also eine musik playlist für minecraft aber ja dann sagen wieder einige ja die sagen das abgeguckt das ist scheiße hast du von g.onk abgeguckt und keiner mag dich du bist ein scheiß opfer und sowas und ja es gibt natürlich auch noch einen zweiten grund so wie immer warum ich das nicht mache faul ist der mensch faul ist der mensch übrigens habe ich noch einige fragen bekommen wieso ich denn jetzt meinen kanal auch wo ich startet habe da bin ich auch noch da da bin ich auch mit dem argument reingegangen ja für mich waren die videos keine keine videos mehr da waren keine liegen mehr drin das war jetzt einfach so eine ja wie so eine fabrik so eine masteranfertigung und das wollte ich nicht mehr manchmal gedacht komm